Um in den Roboter einzuwintern, kann man ihn einfach aus der Lodestation ausziehen, den Roboter ausschalten, irgendwo in der Garage niederziehen an einem Ort, wo es nicht gefriert, hinten alle Stecker ausstecken, mit einem Schraubenzieher in die Laschen einführen und die Ladestation aus der Plotte entnehmen. Die Plotte kann im Winter im Freien stehen. Das Idealste ist, die Kabel in einem Sack einzupacken. Der Stromkabel kann gleich wie der Roboter und die Lodestation in Scherm getont werden. Das Idealste ist, die Kabel in der Lodestation in Scherm.